Ein Leben ganz ohne Bühne ist für Künstlerinnen einfach nicht möglich. Und so habe ich mit meinem Team bereits kurz nach Beginn dieser globalen Pandemie für unsere Fans und alle Freundinnen von Poesie und Widerstand immer wieder Konzerte kostenlos gestreamt. Live und digital. Es kam von Herzen und war in und aus der Not geboren. Wir waren von der umwerfenden Resonanz und dem riesigen Interesse überwältigt. Mittlerweile haben über 400.000 Menschen unsere Konzerte und Videoclips gesehen und gehört. Wir nannten sie Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten. Es war uns ein Bedürfnis, schon bei unserem großen Antikriegskonzert am Ostersamstag zwei Aktivistinnen der Kampagne Rheinmetall Entwaffnen zu Wort kommen zu lassen. Bei unserem Konzert zum 75. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus am 9. Mai konnte ich unter anderem mit der Musikerin, Holocaust-überlebenden und unermüdlichen Antifaschistin Esther Becherano persönlich sprechen. Das hat mir und uns sehr viel Freude gemacht. Diese Erfahrungen haben mit dazu beigetragen, eine lang gereifte Idee lebendig werden zu lassen. Weckerswelt TV. Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten. Dieses neue TV-Format wollen wir ab 2021 für alle kostenlos auf YouTube streamen. Ich werde mit Kolleginnen und Kollegen musizieren, Gedichte lesen und mit klugen und empathischen Gästen und Gastmoderatorinnen anarchischen Gedanken freien Lauf lassen. Das wird poetisch, menschlich, direkt und immer auch kritisch. Einfach 60 Minuten meiner Weckerswelt pur. Voller Lieder, Poesie, Gedanken, eingespielten Beiträgen und spannenden Gesprächen mit Leidenschaft, Anarchie und Empathie. Versprochen. Ich höre also nicht auf zu träumen von einer herrschaftsfreien, solidarischen Welt ohne Patriarchat und mit sozialer Gerechtigkeit für alle Menschen. Das bleibt mein Motto, auch für unser neues Projekt. Und dafür brauchen wir wieder einmal eure große Unterstützung. Wir wollen mindestens dreimal im Jahr kostenlos für alle Interessierten auf YouTube unser TV-Magazin Weckerswelt TV für euch streamen. Mit eurer Unterstützung könnten wir es schaffen, unabhängig und werbefrei zu bleiben und so garantiert kritisch und kreativ zu sein. Mit dieser Methode wollen wir es schaffen. Patreon.com ist eine Community-Plattform, die es Künstlerinnen und Kreativen ermöglicht, durch monatliche feste finanzielle Unterstützungsbeiträge ihrer Community-Visionen und Projekte für alle Interessierten Wirklichkeit werden zu lassen. Werdet also Teil meiner Community als Patreons und helft uns, unsere Berufung und unsere Leidenschaft weiterhin allen Menschen nahe bringen zu können. Werdet bitte Patreons und unterstützt Weckerswelt TV monatlich mit einem kleinen oder größeren Beitrag, natürlich jederzeit kündbar. Patreon ist ein Social-Bezahl-Service-Anbieter, über den Künstlerinnen und Kreative von ihren Fans regelmäßig einen selbstbestimmten Geldbetrag erhalten und dafür ganz konkrete Projekte für alle realisieren können. Unsere Patreons ermöglichen damit allen interessierten Menschen, nicht nur den Unterstützerinnen, unsere Sendung sehen zu können. Denn wir wollen niemanden ausschließen und daher auch keine digitalen Eintrittspreise verlangen. Natürlich haben wir uns für unsere Patreons auch ein dauerhaftes Dankeschön ausgedacht. Im Abspann bekommt ihr alle Informationen, wie ihr ein Patreon werden könnt und was wir uns als Dankeschön für euch ausgedacht haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich auf unsere erste Sendung im Frühsommer 2021. Euer Konstantin Ich freue mich auf unsere erste Sendung im Frühsommer 2021.